Du darfst aufdecken. Darf ich? Ja. Guck mal. Das ist Häppchen vom Kalbshirn mit fermentierten Eiern und eine Creme aus Stinketofu und dazu eine frittierte Grille. Eine Minute. Ab jetzt. Boah, das riecht aber auch. Stinkt. Kann man den Kübel auf die andere Seite stellen? Das hier. 20 Sekunden sind schon um. Ich glaube, du machst den Jamila richtig Appetit. Ja, Sonja, es gibt einen Grund, warum wir das nicht live machen normalerweise. Achso, nee. Ach komm, hey, Alter. Hast du das Ei drin? Die Grille und das... Du hast noch 17 Sekunden. Oh, krass. Oh Gott. Können wir bitte auch einen Kübel haben? Komm, wir gehen in die Halbe, Sonja. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ich habe das Gleiche. Ja, sicher hast du das Gleiche. Ich dachte, ich kriege was anderes. Ja, danach vielleicht noch. Geht's, Philipp? Sei froh, dass es nicht dasselbe ist. Eine Minute ab. Moment, was soll ich essen? Das, was auf dem Löffel ist und das Stück Hirn mit dem Zahnstaucher drin, wo die Grille oben drauf ist. Eine Minute ab. Geht's denn, Philipp? Alter. Nee, ich werde sterben. Ist das ekel oder steckt noch was fest? Nein, das schmeckt einfach ruhig. Ich will sterben. Damit kann man es dir nicht dienen. Oh Gott. Eine Minute ab jetzt, Jamila. Ich glaube, sie hat sich das Ei selbst in die Haare gespulten. Nee, das will ich nicht. Nee, das haben wir gesehen. Tut mir leid, Philipp. Ach, ihr kriegt ja keine Sterne. Ich kann das nicht. Ich kann auch nicht mal das Wasser trinken. Dein Geschmack geht nicht raus. Meine Damen und Herren, eine der schöneren Bilder, die Sie bisher in diesem Jahr im Fernsehen gesehen haben. Oh mein Gott. Es ist ein Kuhauge auf einem Salat aus Mehlwürmern und fermentierten Bohnen. Eine Minute ab jetzt. Oh Gott, Sonja. Ja. Guck mal, der Philipp singt schon wieder das selbe Lied wie eben. Ah, lala. Gänseblümchen, Gänseblümchen. Guck mal, die kleinen Katzenbabys. Ach, der Knöckler. Schön, dass der mal da war. Was? Guck mal, guck mal. Ja. Okay, das wird nichts. Ich glaube, ich. Ja, nee. Ab jetzt. Die leben? Nee. Nein, das sind... Bohnen. Die gehören zu den zehn gesündesten Lebst. Und zu den drei ekelhaftesten. Ich glaube, die Jamila will sich das Auge bis zum Schluss aufheben. Habe ich früher auch mal so gemacht, dem leckersten. Geht's, der Philipp? Besser. Freut mich zu hören. Nein, ruhig. So, du hast noch 25 Sekunden. das Auge, das Auge dauert zu lange. Nee. Brrrr. Was haben die Brüste damit zu tun? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wir fassen zusammen. Das war veritabel ekelhaft und es gibt null Sterne. Hab veritabildo. Aber zum separaten.